Ich erklär's dir gleich. Wenn du diesen Ausschnitt siehst, der kommt auf jeden Fall ins Video rein, warum ich gerade so still bin. Ich hab mich gerade gewundert, warum Betonklötze an mir vorbeilaufen und sich irgendwo hinter dem Fass verstecken. Das hat mich jetzt komplett aus der Ruhe gebracht. Aber okay, ich habe es verstanden. Und damit ein herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist die dritte Folge von Call of Duty angezockt. Und zwar heute ein bisschen lustiger. Wir machen den ganzen Multiplayer-Bereich und haben angefangen mit ein paar Bots. Das seht ihr gerade im Hintergrund, die uns da ein bisschen aufgerieben haben. Mit dabei, ganz klar. Ich darf ihn nicht vergessen. Ich will ihn nicht vergessen. Ist der liebe Chris. Man nennt ihn auch Jeff. Nein, der wunderbare Movie Heroes. Wie gesagt, Link von seinem Kanal verlinke ich euch natürlich da rechts oben in der Infobeschreibung bzw. unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu Chris, seinem Kanal. Wenn ihr was über Filme wissen wollt, wenn euch irgendwas unklar ist, dann guckt einfach bei ihm die Videos. Ganz viel Wissen über Filme, Trailer, Serien und was weiß ich nicht alles. Also wenn ihr da eine Frage habt oder euch nicht ganz sicher seid, der Chris weiß das und selbst wenn er es mal nicht weiß, strengt er sich an, so dass er es ganz schnell herausfindet. So, was, worum geht es heute hier in dieser Folge? Also ihr habt es schon gesehen, am Anfang uns erst mal völlig fertig gelacht. Jetzt lasst ich es ein bisschen reinlaufen. Das heißt, das ist hier ein bisschen gegen Bots und ich würde sagen, ich melde mich immer wieder mal rein und viel Spaß mit den Bildern. Oh, stört da einfach, dann messere ich dich halt nochmal. So. Sehr gut. Na komm, wir müssen messern. Nein. Gehen. Wo ist der? Du hast doch gerade an mir vorbeigelaufen. Ich habe keine Waffe mehr. Warum heißt es eine, keine in Schmitt? Ja. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Du kannst auch Waffen aufheben von Gegnern. Ja, ja, das mach ich schon. Oh, ich kann Luftleischlaut machen. Was? Was kriegst du dann vielleicht auf einmal 3000 Abonnenten? Ah, so viel, weil den will ich gar nicht. Mein persönliches Ziel muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte die Tausen voll machen und dann weiß ich nicht, wo der Weg hinkommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, sorry, ich möchte hier. Man muss dazu sagen, Rolly, wie machst du mit Messern? Oh nein, oh Gott, er hat uns beide weg. Jetzt hat er mich. Auch wenn ich tot bin. Oh Gott, der weg ist. Oh, sag mal, Luftleischweg. Ja, nach so vielen lustigen Situationen und so viel frustrierenden Situationen. Also glaubt mir, wir haben das eine oder andere Mal great. Es ging doch. Ich war wieder relativ entspannt. Haben wir was Lustiges gefunden und zwar die Regressivenjagd. Und bei der bin ich richtig abgegangen. Die fand ich mega geil. Auch der Modus, der danach kam. Das alles seht ihr aber dann Sonntagabend in den Stream. Dazu seid ihr herrlich eingeladen, mit uns gemeinsam zu zocken. Movie ist wieder mit dabei. Der liebe Gizmo ist mit dabei. Mal schauen, wer noch dabei ist. Ich weiß, Froves hat schon gesagt und Big Boss hat schon gesagt, er kommt gerne vorbei. Wir spielen Sonntagabend, 18 Uhr, COD, Modern Warfare. Oder vor allem mit Regressivenjagd und einzelnen ausgestatteten Modi. Testen wir uns da mal durch. Das auf jeden Fall. Jetzt geht es erstmal darum, Schlacht der Betonklötze und der Melonen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Uns hat es mega Spaß gemacht. Wie gesagt, Multiplayer, kann man machen. Macht Spaß. Was ihr natürlich auch machen könnt hier. Ich habe hier kurz den Sport, mein Fall. Alles gut. Ihr könnt natürlich hier CC auch gerne bewerten. Wo unten kommt ihr natürlich gerne schreiben. Daraus wird sich jeder mit freuen. Natürlich vor allem der Rolli. Das stimmt, das stimmt. Wir freuen uns beide. Immerhin macht ja. Oh nein. Okay. Ich habe ein gutes Versteck. Ich erkläre es dir gleich. Wenn du diesen Ausschnitt siehst, der kommt auf jeden Fall ins Video rein. Warum ich gerade so stehen bin. Ich habe mich gerade gewundert, warum Betonklötze an mir vorbeilaufen und sich irgendwo hinter dem Pass verstecken. Das hat mich jetzt vom Netz zur Ruhe gebracht. Aber okay, ich habe es verstanden. Ich bin... Ey, da bist du. Ich bin hier. Ich bin ein Paket. Okay, ich habe jetzt schon Spaß nach diesem Modus. Ich bin hier. Nicht so wie sie betonweist. Das bist du. Hi. Egal. Ja das kannst du machen dann, wenn die Gegner da sind dann, wenn du ein bisschen erschreckst. Mal gucken ob ich jetzt wirklich sterbe. Ja auf jeden Fall nicht der erste. Ich hab probiert, jetzt kommt einer. Einer kommt gerade. Boah jetzt bin ich ein Kass. Ich kann drüber wechseln. Oh ich bin ein Eimer. Ich glaub das ist ein Modus, der könnte auch nur die Modus sein. Versteck mich mal ein Bier. Die Familie ist ein Eierchen gekriegt. Sehr geil. Oh ich hab hier noch eine Folli. Ja super Waddy. Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Ich kann mich nicht sagen, du kannst nur dreimal verwandeln. Ja ja ich bleibe jetzt für das was ich bin. Gute Zahne auf jeden Fall. Ja vor allem der ist an uns vorbeigerandet. Sehr geil. Ich seh nachher kommen, wenn du hier so etwas liebst, dann steht ja nirgendwie das hier. Ja das kannst du aber annehmen, dann bist du aber definitiv mit dabei. Gehst du da. Ich glaub. Ich find die Pfeifen immer. Ach wer Pfeifen? Nein nein nein, wir Pfeifen halt. Achso. Und sie hören das halt auch. Ah also wie so Mäuschen, Mäuschen, Kieb einmal. Ich find's toll, dass wir an uns vorbei sind. Ja vielleicht finde ich so, ach komm, das ist normal, dass etwas durch die Wand geht. Das hier in allem ein Häuschen. Ja ich weiß nicht was sie suchen, aber es ist schon heftig. Also das ist. Check mal ein bisschen. Hüppchen, Hüppchen. Hüppchen, Hüppchen. Hüppchen, Hüppchen. Hüppchen, Hüppchen. Hüppchen, Hüppchen. Hüppchen. Du gehst doch heute raus, ich ziehst du da... Oh, da hin und. Hüppchen, Hüppchen. Hüppchen. Ich geh nur noch. Warum mädst du noch? Der war sich unsicher. Der war sich unsicher, ob ich welcher seinen Sack gespielt. Hüppchen. Frau Bama hat das nicht drauf geschossen. Ja, vor allem, ey, genau, dich hat er erschossen und dich hat er lieben lassen. Ja, vielleicht hab ich auch einfach, weil ich geblitzt hab halt auch. Hab ich dann auch mitgemacht. Ich deswegen. Ich liebe ihn immer noch. Ich liebe ihn wirklich immer noch. Also, merkt euch, Sandsäcke, super perfekt. Kommt keine Sau draus. Nee. Ja, vielleicht müssen wir versuchen. Das ist so gewissig. Ich glaub, er hat uns gewonnen. Ach, hier, hier ist es kass. Ja, der hat jetzt als letztes Blitz gemacht. Ah, okay. Also, viel Glück auf alle Tüchen gehen. Ja. Und vor allem auch das Pfeifen-Affen. Ach, ja, erst mal haben die einen voll spüten Scheiß halt gut gestoppt. Nee, ist ja klar, wie man auch voll spüttet spielt. Ja. Ein geiler Musik. Ja, der beste Modus in ganz, äh, in ganzen Köln. Absolut. Ja, obwohl der Zombie-Modus könnte mir auch gefallen, aber nun gibt's jetzt hier, äh, nicht im Monomover. Ja. Ach, guck mal hier, der Rolli, der rät hier voraus. Ja. Er ist ja da, der keinen Plan hat, hier irgendwie. Ich sehe diese Zoll, wenn die immer so rumschreiben, so, na, 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 na. Oh, hier ist auch nicht so was. Hier fließt was. Oh, ich hab einen, ich hab einen. Äh, Rolli. Ich hab einen erwischt. Wie geil ist das denn? Der war eine Band. Mann, der hat den Fehler gemacht, der war nicht das, was du warst. Nee. Schade, reißen wir auch nicht hin. Ah, Pass. Ich hab einen, ich hab einen, ich hab noch einen. Wie geil. Also, Walli, ich glaub, das ist dein Modus hier, ne? Das ist, das ist, hier läuft's von mir, also das ist. Das wird meine COD-Karriere. Das wird mir erschießen. Wir sprechen uns in einem Jahr, wenn ich COD-Master bin. In Requisiteln-Erschieden. Ja, das wird mir gar nichts. Ich find auch mal feiern. Also, Pipe. Doch, denn. Woher? Ich kenne es aus. Danke. Wow. Mit seinen, äh, Style-Schnellen. Ich spiel's leider nicht mehr. So. Mäuchen, Mäuchen, bieb einmal. Ich spiel's nicht mehr, so viel kommt es gar nicht mehr weg. Hm, es gibt noch einer. Einer lebt noch. Einer da oben steht. Okay. Ich spiel's nicht. Ich spiel's nicht. Oh, hier ist ein Fahrrad. Das funktioniert bestimmt noch. Vielleicht hat er auch die Taktik gemacht wie du. Das könnte wirklich sein. Ich würde jetzt, äh, probieren. Ich spiel's nicht mehr. Komm mal hier, am Fahrrad. Wir können damit abbauen. Hm. Okay, wir sind erledigt worden. Sehr gut. Sehr gut. Yay. Ich hab's eigentlich gar nichts gemacht, aber... Gutes, gutes Spiel. Du warst deinen Eimer. Du bist super in der Ecke rumgesprungen. Ich hab' ja, jetzt letztlich... ... Und was bin ich denn jetzt? Bin ich denn Tisch? Ich bin ein... Nein, wie bist Du? Ja, ich bin ein Tisch. Hey, ich bin hier, äh, eine Kiste, bin ich. Ich bin kein Kiste. Ja, ich bin ein Vorwärtskiste. Ich brauch ein, äh... Ein Haus. Oh, ich bin... Ich bin, äh, Satsa. Ja. Sehr gut. Ich glaub, dass ich dich stehe. Ich bin, äh, die Berliner Mauer. Ich bin in Stuhl. Ja, super. Ach gut, ich bin fast. Super. Ich bin ein Sack. Ich bin ein Sack. Ich schau da gar nicht auf. Ich schau mal ein bisschen rum. Ich steh mich einfach mal ganz auf in Sicht gesehen. Das war knapp. Das war extrem knapp. Ich hab die, äh, ich glaube, ich hab ein bisschen, äh, kleines Steck, das nicht so gut ist. Das war doch zu aufsichtig. Ich bin gerade losgelaufen als Säckchen. Da ist einer an mir vorbeigerannt. Hat mich nicht gesehen und dann hat er mich aber, hab ich gepfiff und dann hat er mich mitgesucht. War etwas... Ach, schade. Ja, das war cool. War etwas unproblemetisch von mir. Jetzt kannst du ja auch, äh, anderen Spielern sehen. Du kannst auch die Jappen sehen. Noch nicht. Ich lebe noch. Du falls noch ruhig rum. Ja, eigentlich bin ich. Ich bin in der Familie nicht. Ich bin nicht. Einen von uns. Der im Haus ist. Ich bin, äh, ein Fass. Du bist ein Fass. Ha, jetzt bin ich bei dir. Oh, der Töne ist versteckt. Ich bin für Flurig rum. Und Pfeife. Ist er zu heim. Ich hab gar nicht gesehen, oder? Oh. Ich bin nur am Fass. Ich glaub, die wissen ja, wie das hier sind. Mhm. Ich guck mal ein bisschen rum. Ah, komm, ein bisschen Action muss er hier auch sein. Guck mal, ich hab niemand gesehen. Ich bin, ich bin so Batman. Ja, ich bin, äh, vor allem, du hast einen direkt hinter mir. Ja, ich weiß, der hat mich nicht gesehen. Mhm. Hallo. Ohne Verklapp. Das ist verklapp. Da schön. Mein Tier. Gänzt, gänzt aber nicht. Schnell, weg, 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 weg. Nein, das kann ich nur rücken. Nein. Oh, was hast du so den ganzen Tag gemacht? Ich bin doch nur Fass. Ich hab'n Fass gejagt. Ich bin auch hin. Schade. Alles gut. Aber, äh, das ist immer gut. Das Fass stand hier. Ich war, ich war am Tisch und am Stuhl und dann, wie gesagt, der Sack. Und ich hab' eigentlich ein Haus gesucht, aber da gehört ja an den Tisch eigentlich hin. Ich wollte ja, ich wollte mich ja nicht, ähm, ich wollte ja die ganze Zeit nicht da in der Ecke stehen. Ja, komm, ich wisse, dann wollte ich. Na, guck mal, der ist ein Almer. Ja. Aber ich sehe ihn nur auf der Einzelseite. Ja, du kannst, äh, mit drei wechseln. Okay. Ach ja, jetzt. Okay. Ich bin mit dem. Ich bin mit dem Schade. Ja, Platz vier. Ich bin mit Platz drei. Sehr gut. Äh, ja. Obwohl ich kein Gezüttel hab. Das ist egal. Ich hab' keine Leute abgeschossen. Hey, Rambo. Coming. Ich hab' keine Leute abgeschossen. 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 Vielen Dank.